... das Wetter, was da sagt, es wird besser. In diesem Sinne herzlich willkommen, die ersten Besucher sind schon da. Wir sagen, wie gesagt, herzlich willkommen hier beim Suren-Hansen-Markt in Perleberg. Die Stände links und rechts sind bereit, soweit ich das sehen kann. Und von daher denke ich auch, es ist der Start für den offiziellen Startschuss unseres Suren-Hansen-Markt des 2016. Es war ja überall zu lesen, das ist ein Traditionsmarkt bei uns. Und ich denke, wir sind auch stolz auf unser Nationalgericht. Bei mir zu Hause jedenfalls muss es mindestens zweimal in der Saison auf den Tisch kommen. Das verlangt die Familie auch und das gehört dazu. Und ich hoffe für alle Besucher heute, dass sie sich durchkosten an den Ständen, dass sie ihren Lieblingsknieper auch finden. Ich weiß, unsere Traditionsunternehmen sind wieder dabei. Die Lübsower mit ihrem Knieper haben ja jedes Jahr zum Beispiel einen Stand hier. Und da lässt es sich dann auch gut kosten und man kann das leckere Gericht ja dann auch mit nach Hause nehmen. Ergänzend zu den Knieperständen gibt es natürlich noch andere Leckereien. Wen man nach einem Nachtisch isst, der findet auch was Süßes heute auf dem Markt. Und wir haben es eben gerade gehört, es darf getanzt werden. Musik ist da, da haben wir gar nichts dagegen. Auch wenn das Wetter ein etwas besser hätte sein können heute. Aber vielleicht tanzen wir uns dann einfach warm zu bester Musik. Das ist dann eine schöne Geschichte und animiert dann vielleicht den anderen auch noch. Musik Nicht nur das regional bekannte Gericht, der Knieper, war auf dem Markt vertreten. Getränke und Käseprodukte. Und dies nicht nur aus dem flachen Land der Prignatz. Der Surer Hansenmarkt ist ein Treffpunkt für alle leiblichen Begehrlichkeiten. Und für die seelischen natürlich auch. Musik Während die Erwachsenen auf der Suche nach etwas Essbarem waren, haben die Kinder gern einmal eine Runde auf dem Karussell gedreht. Und Kohldampf schieben brauchte hier wirklich niemand. Schieben konnte man aber etwas anderes. Aber wer wollte das schon? Ob dies der richtige Ort hierfür war? Musik Die Zeit brachte mehr Marktgäste und unter ihnen auch einen ganz besonderen. Es war der Prignitzer Knieperkönig höchstpersönlich, Horst Fenske. Und wenn an diesem Tage auch inkognito. Die Presse entdeckte ihn sofort. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020